Leute, ich habe gerade, ich habe gerade ein Spiel für euch aufgenommen, muss ich euch das, muss ich euch unbedingt zeigen, das ist der absolute Graf. Leute, folgendes, mir wurde ein Vorschlag gemacht, wo mir versprochen wurde, dass ich vor Entsetzen vom Stuhl fliegen würde. Und ich habe mir so gedacht, diese Möglichkeit darf ich mir für unser allerwohl doch nicht entgehen lassen. Ich habe mal kurz geschaut, wie viele Videos es schon davon gibt und 99% davon waren mit das schlechteste Spiel ever, bitte. Kann nur großartig werden. Ja Leute, das ist tatsächlich das Titelmenü. In der Hauptrolle DJ Julian Bam, Abteilung Plastische Chirurgie, mit seinem neuen Song Baby, ich lasse die Funken tanzen. So ähnlich sah ich damals auf Arbeit auch immer aus, wenn der Chef seine Runden gemacht hat und ich so getan habe, als würde ich arbeiten. Was ist denn los? Hast du die von deinem eigenen Gesicht erschrocken? Oh shit! Was? Dieser Slow Motion Effect. Sinematisch immer nicht schlecht. Scream.mp3 darf auch nicht wählen. Was ist denn passiert? In diesem Moment, wenn du auf einmal eine Tomate bist. Ja, sind wir jetzt halt auf einer Party, ne? Okay, ist das jetzt hier halt unser Leben? Ich bin überzeugt, das ist ein Zusammentreffen von ganz besonderen Menschen. Steht auf jeden Fall ein äußerster Soldat rum. Oh, Entschuldigung ist die Officer. Hey, hier, Oliver Kahn. Oh, was ist mit ihm los? Welcher Truck ist denn über sein Gesicht gefahren? Guckt da eine Zunge raus? Oh, 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 oh. Alter, der ist mir viel zu creepy. Der ist fürchterlich. Ich möchte da weg. Ich möchte zu dem Dude hier. Der sieht chillt aus. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, der Typ. Ja, er ist offensichtlich in ein äußerst interessantes Gespräch verwickelt, ne? Ich meine, eigentlich ist es ja auch schon ein bisschen traurig, oder? Ey, ich bin schockiert, ey. Ich bin doch nicht... Oh, ich bin doch nicht mal zwei Minuten im Game, Alter. Oh, hier, ein Pärchenstreit. Ich möchte bitte jede Einzelheiten erfahren. Oh, was? 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 Eine Abscheulichkeit. Deswegen ist er auch so sauerhaft. Ich hab dir aber dein Gesicht angeguckt in letzter Zeit. Oh, gut. Du verstehst das auch hier alles nicht so ganz, ne? Was? Oh, ii, hier ist er wieder. Ii, Alter, der hat so ekelhaft. Ist alles unkeimisch, ey? Was? Ich, ähm... Ich meine... Okay, dann, äh... Ja, gut. Ähm... Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden... Jemand hat ihren Teppich hier verknockelt. Sieht nicht schön aus. Ach, das ist eine Kunstausstellung hier. Ich hab mich schon gefragt, was ich hier soll. Die X-17, Leute. Für diesen Effekt hat man sich auch ganz viel Mühe gegeben. Oh, nein. Sie sind da. Hütet euch. Nehmt euch in Acht vor den Slow-Motion-Effekts, Leute. Aber zum Glück haben wir hier ein paar... ...touffe Soldaten am Start. Zum Beispiel ich. Ich hab zufälligerweise eine Waffe dabei. Okay, dann sorgen wir mal hier für Ordnung. Was? Was? Oh, ich hab hier auch noch was anderes, Jungs. Guckt mal. Alter! Ich richte hier mehr Chaos an als die Viecher, oder? Alter, zieht euch das da mal rein. Wie die Animationen einfach immer wieder anfangen. Es ist der absolute Kracher. Es ist der Hammer. Wie geil. Wie beschissen das ist. Wie unglaublich scheiße das aussieht. So wird das aber nichts mit dem vorankommen hier, oder? Alter, das Spiel ist voll geil. Oh, ja. Grüßt euch. Ja, andere. Die sind auch nicht haltbarer. Schick mal mehr als deine paar Muppets. Da. Sie kommen aus dem Nichts. Es spielt auch eigentlich absolut keine Rolle mehr, oder? Oh, okay, bye. Oh, und zu meiner Überraschung ist jetzt die Tür offen. Gut, alles klar. Geben wir halt hier lang, ne? Hi. Oh, Jungs, habt ihr das einstudiert? Okay, tschüss. Ciao. Gut, äh, ich wollte euch noch abschießen vorher, aber gebt euch keine Mühe. Passt schon. Mir geht's gut. Ich melde mich, wenn ich euch wieder brauche. Alter, ist das scheiße. Was zum... Ich, ich, ich beende. Ich, ich erlöse ihn, okay? Ich erlöse ihn von seinem Schmerz. Oh, das ist mir leider nicht vergönnt. Ja, schade. Sie haben mich eliminiert. Ja, ich glaube, das war's mit der Welt. Ähm, Spiel? Spiel? Ich meine, ich appreciate ja so eine schöne Zimmerwand, aber... Ich glaube, das Spiel war einfach nicht dafür gedacht, dass ich an der Stelle sterbe. Was machen die denn da? Halten die da ein Kaffeekränzchen, oder was? Die AI ist der Hammer. Die springen immer mal alle drei Jahre. Oh, die Sound. Jungs, macht euch keine Sorgen. Der Papa ist ja am Start. Ja, siehst du? Sie hat kurz mal ihre Anspannung verloren. Was? Ich, ich bin absolut sprachlos. Ich weiß nicht mal, wie ich das kommentieren soll. Der Dicke tippt da auf ein Stück Blech rum. Das ist doch boss, Junge. Und er hat dickere Eier als wir alle zusammen, ey. Das könnt ihr aber wissen. Schau mal, Jungs. Warum? Warum stört ihr das nicht? Ich könnte so auch nicht arbeiten, ey, wenn mir ständig irgendwer seine Titten ins Gesicht drückt. Das ist übrigens immer noch eine Cutscene, ja. Die geht, glaube ich, schon drei Minuten. Ab mehr als die Hälfte weggeschnitten. Weil es bodenlos übertrieben ist. Okay, Thanos. Das sind ja die drei größten Hampelbänder ausgesucht, ey. Wie gut diese Charakteranimation zu dem Voice Acting passt. Das ist der absolute Krach. Oh nein, Leute. Die Invasion hat begonnen. Haltet sie auf. Hi. Was war das für eine Tanzeinlage? Du hast gedacht, ich bin Raumschiff. Ich bin der Spinner eigentlich. Ist das P-Modal? Oh mein Gott. Erde.png. Jungs, ich glaube, hier sind wir richtig. Gib mir noch mal fünf Minuten, um zu überlegen. Wir müssen das alles ganz genau durchdenken. Überraschung. Es ist dieselbe Animation. Pass auf. Sie schießen jetzt mit ihrer Minigun die Erde zu Brei, Alter. Das ist auch eine Leistung, ja. Sie sind noch recht zögerlich. Das muss man ihnen lassen. Sie sind sich noch nicht der moralischen Konsequenzen ihres Handelns bewusst. Das Spiel hat eine viel tiefer gehende Ebene, als man sich das je erträumen lassen hätte. Und es hat Brüste. Also, oh, ja, das, äh, oh, ey, fast so verfluchten. Was, was ist das? Was? Was? Warum, warum bin ich hier in Slow Motion? Ich, äh, nee, ne. Was ist diese unglaublich übertriebene Arzi-Farzi-Scheiße immer? Das ist nicht geil. Das ist übelst schlecht. Lass mich laufen. Oh mein Gott, ey. Voll in deine Fresse. Oh. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig los. Ich bin überfordert. Was zum, was ist das? Was zum Teufel ist das? Was ist das? Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist ein kleines Baby mit einem fettem Stromgewehr auf dem Rücken. Oh mein Gott. Was ist das? Oh nein. Überraschung, ich bin eine Spinne. Überraschung, ich bin keine Spinne mehr. Überraschung, ich bin der Bruder von der Spinne. Oh, hier. Ich hab da ein Scheißgefühl. Ich hab genug von dem Dreck. Ich nehm jetzt die U-Bahn. Was? It's the thriller. Nee, ne. Nee, ne. Haben die nicht gemacht. Oh mein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Was? Was ist das für eine unglaubliche Scheiße? Die tanzen das komplette Lied, Alter. Die tanzen... Oh, okay, gut. Wir sind wieder hier. Ja, passt schon, nicht wahr? Oh, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich brauche dir, dass ich mich vertraue. Ich vertraue jeder Businessfrau mit blauem Lippenstift auf Ani. Oh, sie hat aber die mächtigen Geländeschuhe ausgepackt, oder? Kannst du mir verraten, was hier eigentlich abgeht? Das ist ein Monster. Soll ich das umbringen, bitte? Darf ich dich umbringen, bitte? Äh, die schießen übrigens von hinten. Ähm, junge Dame. Die interessieren sich gar nicht für das Weibstück. Die haben den übelsten Anstand. Ey, dein Maul. Da siehst du, wohin dich die Gewalt gebracht hat. Ey, sie ist schon wieder unterwegs. Und jetzt dasselbe Spiel nochmal von vorn, oder? Kreativ von zehn, Leute. Das sind zum Glück nicht die Dicken, sondern das sind hier die Mopeds. Der Computer ist da. Der Computer... Der... Warum auch? Oh, Alter! Was? Oh, oh mein Gott. Oh, was ist das? Oh, come on! Come on, Alter! Das kann nur ein Witz sein. Das Spiel kostet neun Euro. Das ist eigentlich lustig, oder? Was sind... Was ist denn... Was sind das für Schwarz, Alter? Oh, warum interessiert mich der Dude? Was ist mit dem? Lass dich doch rüberfahren. Das ist mir doch scheißegal. Habt ihr diesen kurzen... diesen kurzen Headpump gesehen gerade? Mein Name ist Aliana. Ich bin glücklich, dass du okay bist. Aliana. Ich habe 27 Jahre lang reisen, um zu sehen, dass du in einer Box endet bist. Sie ist der Google-Übersetzer, Freunde. Plot twist. Ich bin hier für einen Purpose. Und einen Purpose nur. Mein Job ist, dich zu dem Planeten Zoran sicherlich. Ich habe ein Schiff, aber es hat sehr schmerzt worden. Es wird ein bisschen Zeit, um es zu reparieren. Ich habe ein Schiff, aber es ist ein Schiff, aber es ist ein Schiff. Oh Gott, no! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha!